Das war wirklich schön, Martin. Das finde ich auch. Wir müssen aber vorsichtig sein. Warum? Meine Frau und Kinder dürfen nichts davon mitbekommen. Papa, was ist hier los? Lisa, was machst du denn hier? Solltest du nicht in der Schule sein? Wer ist diese Frau da? Das da? Ach, das ist niemand. Die hat sich nur verlaufen. Was macht sie dann in deinem Bett? Es gab ein Problem mit der Matratze. Sie hat mir dabei geholfen. Ich weiß, was hier los ist. Du bist ein Schwein. Es ist nicht so, wie es aussieht. Das erzähle ich Mama. Warte, Lisa. Bitte nicht. Bitte, Lisa. Marie darf nichts davon erfahren. Wovon darf ich nichts erfahren? Von der Überraschung für unseren Hochzeitstag. Du bist der Beste, Martin. Ich liebe dich. Ich dich auch. Ich dich auch.